Also wenn man mal ganz ehrlich ist, die beiden hier sehen gar nicht so aus wie kleine Tierbabys. Dabei sind sie erst acht Wochen alt. Seit drei Wochen ist der Wildpark Schwarze Berge in Rosengarten ihr neues Zuhause und Manuel Martens plötzlich zweifacher Appa. Die Dachse sind von einem Jäger bei uns abgegeben worden. Der hat eine überfahrene Dachsfee auf der Straße gefunden. Die hatte ein Gesäuge und dann hat er in dem ihm bekannten Dachsbau nachgeguckt und da saßen die zwei am Eingang und haben eigentlich auf ihre Mutter gewartet. Aber die kam halt nicht zurück und draußen wären sie einfach gestorben, weil sie verhungert wären. Und so konnten wir uns drum kümmern und sind eigentlich ganz glücklich darüber. Ohne menschliche Hilfe hätten die beiden Dachsbabys keine Chance gehabt zu überleben. Allerdings war das mit dem Füttern gar nicht so einfach. Eigentlich fressen Dachse im Grunde alles, aber die Babys noch nicht. Und so musste Manuel Martens die Ernährung nach und nach umstellen. Die Dachse, als wir die bekommen haben, haben die ausschließlich Milch getrunken. Und mit der Zeit, mit dem älter werden, wollen die aber Fleisch haben, also feste Nahrung. Und die Mutter würde auch immer wieder mal Beutetiere anschleppen in Form von Vögeln oder auch Mäuse. Und dann würden die die fressen. Und so haben wir das auch gemacht. In dem Alter, wo das langsam losgeht mit dem Fleischfressen, haben wir angefangen, dass die halt Hackfleisch bekommen, weil die Mutter verdaut das ein bisschen vor und wirkt das dann wieder hoch. Das machen wir natürlich nicht. Äh, wieso eigentlich nicht? Egal. So, nun brauchen die beiden natürlich auch noch einen Namen. Der Tierpark Schwarze Berge hat über die sozialen Netzwerke drei Wochen lang Vorschläge gesammelt. Jetzt steht fest, der Junge heißt ab sofort Dexter und seine Schwester Hope. Und die beiden bleiben jetzt auch hier im Tierpark. Grundsätzlich kann man Dachse auch aufziehen und wieder auswildern. Wir haben uns dagegen entschieden tatsächlich, weil wir gerade Platz im Dachsgehege haben und da eine Fütterung integrieren würden. Und in freier Wildbahn würden sie halt von ihrer Mutter lernen, was ist gefährlich und was nicht, was kann ich fressen und wie muss ich jagen. Und das können wir ihnen so nicht beibringen. Und deswegen ist das immer ein bisschen besser, wenn die draußen sind und von der Mutter aufgezogen sind. So traurig das Schicksal von Hope und Dexter auch sein mag, hier in Rosengarten haben sie jetzt eine neue Familie gefunden. Und das Schöne, Dachse sind eigentlich nachtaktiv. Die beiden allerdings ganz und gar nicht. Gut für die Besucher zum Gucken.